und bin jetzt letztlich mal zu dem entschluss gekommen dass ich mir doch mal eine gönnen könnte hat auch jetzt ewigkeiten gedauert er fliegt einfach hallo meine katoffel freunde und willkommen zu what the fuck battlefield 1 die runde hat gerade angefangen hier auf wüste von sinai glaube ich ja müsste wüste von sinai sein oder nein das ist die andere wüsten bin mir gar nicht ganz sicher wir spielen wieder vorherrschaft sturmsoldat mit der hellriegel mit der besten waffe der welt du kommst ja nicht rein junge ja ich weiß battlefield 1 kam länger nicht mehr und deswegen dachte ich mir gönnen uns doch mal wieder battlefield was ich leider schade finde ist dass ich mir noch kein premium geholt habe und dementsprechend noch nicht den neuen spielmodus spielen kann und auch nicht die neue map aber das kriegen wir bestimmt nächsten die nächsten tage monate auch noch hin ähm ähm hä hä ich denke ich hör hier Steps des Todes ich hab Steps des Todes gehört und er war einfach nicht bei mir what the fuck hm ja ich hab mir übrigens äh genau warum ich kein geld für battlefield 1 premium habe kann ich euch vielleicht noch mal sagen es liegt daran dass ich mir eine Playstation 4 gekauft habe einfach weil ich Lust dazu hatte oh lol ja moin ich fahr runter ähm ja ich hab einfach schon länger darüber nachgedacht mir eine Playstation 4 zu kaufen und äh bin jetzt letztendlich mal zu dem Entschluss gekommen dass ich mir doch mal eine gönnen könnte hat auch jetzt Ewigkeiten gedauert er fliegt einfach hat auch jetzt Ewigkeiten gedauert aber mittlerweile jetzt habe ich mich letztendlich jetzt habe ich gedacht komm jetzt hast du dir die Switch gekauft jetzt kannst du dir auch mal die Playstation 4 kaufen ähm ich hab mir dazu gekauft die Battlefield 1 äh ich hab mir dazu gekauft Battlefield 1 dann noch ähm ah fuck die scheiß Dreckspissarmbrust dann habe ich mir dazu geholt Uncharted 4 was ich schon ewig spielen wollte dazu habe ich mir noch geholt ähm Call of Duty Infinite Warfare und ähm Modern Warfare Remastered für 50er das war auch im Angebot und was habe ich mir noch geholt ähm genau es war so ein Pack mit The Last Guardian was ich leider so ein bisschen schade finde ist dass dass äh ich leider keine Catcher Card habe und mir dementsprechend auch euch dementsprechend auch keine Aufnahmen machen kann wo ist der Typ da und leider kann ich euch oh was ach da war noch ein anderer und dementsprechend kann ich euch leider kein Mario Kart 8 Deluxe aufnehmen ich kann euch leider kein ähm Zelda aufnehmen von der Switch und dann halt auch die geilen Spiele ich hätte es unfassbar gerne in Uncharted 4 Let's Play gemacht aber leider fehlt mir einfach die Capture Card ich will mir auch unbedingt eine Capture Card holen das Problem ist nur dadurch dass ich mir jetzt die beiden Konsolen gekauft habe und ich nur mit meinem Azubi Gehalt nicht so ultra viel verdiene kann ich mir das nicht ganz leisten aber ich denke mal wenn das Geld drin ist werde ich mir als nächstes eine Capture Card kaufen schade hat nicht funktioniert aber wir nehmen es jetzt trotzdem ein wir kommen bestimmt wieder von da B haben wir ja da ist wieder einer hab dich ist ja noch einer durch ne ich muss sagen im Gegensatz zum letzten zu den letzten Malen Battlefield 1 läuft die Runde hier richtig gut gut jetzt habe ich es getriggert dass ich gleich richtig rein zacke aber die Runde also ich bin noch nicht getilt letztes Mal habe ich mich übel aufgeregt und dieses Mal geht es eigentlich ich muss sagen mein Aiming ist heute on point keine Ahnung vielleicht liegt es auch daran dass ich gute Laune habe oh wir wollen die Punkte für A haben die Leute einfach mit dem C4 zu töten es gibt nichts geileres jetzt den würde ich gern da oben runter holen aber ich muss jetzt erstmal hier und 85er Hit die fliegen so geil durch die Gegend alter Alter wie ich gerade nur seine Waffe gesehen habe Alter, irgendwer hat mir unfassbar geil Gummi sag ich schon, Muni gegeben Wollen wir nochmal, hallo Kann ich legen, kann ich, ne ich kann nicht Das ist scheiße Na scheiße, ich hab ihn durch den scheiß Rauch nicht gesehen, aber 12 zu 2 läuft auf jeden Fall bis jetzt und was ich euch auch noch sagen kann ist wir werden gleich noch ein Battlepack wie immer öffnen, beziehungsweise nicht wie immer aber ich habe durch das Battlefest habe ich noch ein ein Battlepack bekommen das können wir gleich schön gemeinsam öffnen ja, es tut mir auch übrigens leid, dass die letzten letzte Woche kaum ein YouTube-Video gekommen ist, das liegt daran, dass ich übel lol, der hat mich nicht einmal getroffen, ja moin das liegt daran, dass ich das liegt daran, dass ich einfach ultra krank gewesen bin und mich ultra erwischt hat bei uns in der Firma sind zur Zeit auch fast alle ja nicht alle krank, aber wirklich extrem viele Leute krank und mich hat es dann halt auch einfach erwischt letzte Woche, deswegen konnte ich leider kein Video hochladen aber jetzt bin ich wieder back am Stissel und ich hoffe, es gefällt euch ah, fuck, von hinten der hat aber lange gebraucht, um mich zu töten ich muss sagen, ich will das jetzt nicht noch verlieren gut, A gehört uns wir müssen, wir müssen B jetzt kriegen B ist very important Battlefield 1 macht auf der Playstation 4 auch ultra viel Spaß Alter, die Hellregel ist so präzise, ey wenn ich die auf der Playstation 4 freigeschaltet habe, mache ich drei Kreuze, ey so, gönnen wir uns doch mal B jetzt oh, oh nein, 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 nein das kann doch nicht sein jam, alter die Hellregel ist so eine böse Waffe auf geht's zu C C, 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 C mag mal ein bisschen achso, er hat schon B ah, hier ist ein Gegner oh lol, der hatte null Leben ja moin supergeil ich will gar nicht wissen, wie viele Punkte ich gleich bekomme jetzt haben wir wieder A verloren das kann doch nicht sein, dass wir das Match jetzt so knapp verlieren ach, das war das Feuer, was ich glaube ich gesehen habe ja, ich lade wegen zwei Schüssen nach wundert euch nicht ah, alles klar also, wie gesagt, falls, wer Bock von euch, äh, von euch Bock hat, mich mal zu sehen, wie ich, äh, Playstation 4 oder andere Konsolen spiele, der kann mir gerne ne Elgato HD 60F, äh, donaten ich bin dafür gerne offen so ach lol der wacht sich da in die Ecke nein, A und B gehört uns oh nein, nicht B verlieren, nicht B verlieren nicht B verlieren nein, 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 nein Alter Schwede ach scheiße Alter dieses Spiel ist teilweise so witzig, wenn es in die Luft geht, irgendwie so aber ich glaube nicht, dass wohl ohne Gegner das kennt ihr das, wenn ihr einen, äh, Gegner abschießt und dann schon noch während des Schießens anfangt, äh, nachzuladen, weil ihr denkt oh nein, scheiße das kann doch nicht sein dass der, ich habe ihn halbtot gehabt und dann kriegt er diesen Piss scheißen Dreck oh lol oh Cover, mate, Cover ich bin hier auch nochmal schon bei 11 Minuten, jetzt läuft die Runde geht deutlich länger als ich gedacht habe so, jetzt nehmen wir C schnell ein und dann müssen wir alle, jetzt geht's richtig ab, ey ah, Nade Kill, Nade Kill ach, schade aber jetzt machen die Gegner richtig Druck hier oh, 97 2 zu 92 nicht wundert, ich werfe jetzt einfach random Nades durch die Gegend, weil ich Leute hitten will wir haben jetzt C verloren nee, 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 nee so, nicht, mein Freund der ist down komm schon, B, 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 B nee, nicht, 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 nicht das kann nicht sein, dass die Gegner das jetzt noch gewinnen komm, 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 jetzt zwei Punkte, zwei Punkte ist das unentschieden? nein, wir haben verloren oh Digga, das gibt's nicht wie kann man denn so knapp verlieren wir haben so gut geführt ich hatte echt ein schönes Match 20 zu 10, eine schöne 2er KD alter, guck doch mal die Leute an aus unserem Team 38, 9, 30, 2, 20, 12, 1, 22, 1 ok, der hat Sniper gespielt läuft auf jeden Fall ordentlich Punkte gekriegt die Runde finde ich nicht schlecht muss ich sagen jetzt schauen wir mal ob wir unter den Top 5 sind leider nicht unser Trupp hat auch nichts ordentliches gerissen aber dafür gibt's ordentlich Punkte ja läuft ordentlich so und in dem Sinne jetzt machen wir mal schön oh, wir haben sogar noch ein Battle Pack dazu bekommen Battle Pack machen wir erstmal das Random Pack aus und immerhin Blue Blue ist okay lol, die Kolibri, oder? nee mach es automatisch und das Battle Fest Battle Pack Legendary Sonne Ficke braucht keiner aber in diesem Sinne danke fürs Zuschauen wenn euch das doch, braucht einer braucht einer braucht man in diesem Sinne falls euch das Video gefallen hat Däumchen nach oben schaut auf jeden Fall meine anderen Battlefield Videos an waren ungefähr genau so mit ein bisschen mehr Rage in diesem Sinne haut rein bis zum nächsten Mal hua 2 2 was es 2 we empower